Die sich hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 20 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 300 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.